Ist das Fleisch? Oder vielleicht doch nicht? Fleisch, oder? Irgendwas Fleischiges? Hähnchen? Kute? Schmeckt wie Schnitzel, aber ist wahrscheinlich etwas anderes. Darf ich fragen, was das ist? Selbstverständlich. Es sind Erbsen. Genau genommen ein Fleischersatzprodukt aus Erbsenprotein und einigen anderen pflanzlichen Zutaten, das seit kurzem in Bamberg von der Firma Amidori produziert wird. Der Gründer Friedrich Büse ist gelernter Metzger, wie sein Vater. Doch den Familienbetrieb wollte er nicht weiterführen. Denn vor allem das Tierwohl war ihm wichtig. Nachdem ich nicht mehr den Eindruck hatte, dass ich das in der Fleischwarenindustrie umsetzen kann, verbessern kann, nicht nur national, auch international, habe ich dann gedacht, was kann man denn machen, um diesen Auswuchs von Massenproduktion an Tieren, von Massenproduktion an Fleisch und Wurst, was ja oftmals noch nicht mal mehr die Bezeichnung verdient, wie man das ändern kann, was kann man dagegen setzen? Seine Lösung? Ein Fleischersatz, der aussieht wie echtes Fleisch und sich beim Hineinbeißen auch so anfühlt. Am Fraunhofer-Institut in Freising wurde eigens ein spezielles Pressverfahren entwickelt, um die Textur, Festigkeit, aber auch die Faserverläufe von Fleisch möglichst authentisch nachzubilden. Die Kunst ist wirklich aus der Kombination der Technologie, die wir einsetzen, und der Rezeptierung dahin zu kommen, dass ich nah an diese Originale drankomme, ohne dass ich die kopieren will, aber der Konsument eben auf das gewohnte Esserlebnis nicht verzichten muss. Wir haben den Test mit verschiedenen Variationen von Erbse à la Fleisch gemacht. Von Bolognese über Fingerfood bis zum Geschnetzelten. Lassen sich damit auch Fleischkonsumenten überzeugen? Das schmeckt gut. Wenn man mir nicht gesagt hätte, das ist kein Fleisch, hätte ich nicht gedacht, dass es keines ist. Das schmeckt gut. Also ich hätte das jetzt nicht gedacht, dass es kein Fleisch ist. Das ist eher nicht so mein Fall. Ich esse ganz normal Fleisch, und ich hätte es jetzt nicht unterscheiden können. Also ich glaube, ich hätte es jetzt nicht groß gemerkt. Das ist gut, das ist auf alle Fälle sehr gut. Und die Entwickler tüfteln schon an den nächsten Ersatzprodukten, Milch und Käse aus Erbseneiweiß.